hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video vom pilzloibi in der letzten folge hatte ich euch gezeigt wie man aus den pvc rohren ja einen kleinen pilz cube baut ich habe den pilz cube mittlerweile ein wenig verfeinert also ich habe das grundgerüst in eine starksack folie gepackt das eine relativ starke transparente folie und habe mir eben einen geschlossenen feuchtraum hergestellt ich habe mir einen eingriff gelassen so dass ich den pilz reinsetzen kann dass ich auch mit der sprühflasche rein kommen um den ganzen zu befeuchten um eben die luftfeuchtigkeit in dem raum schön hoch zu halten ein kleiner nachteil gerade bei den austern seitlingen oder bei den co2 empfindlichen kulturen ganz natürlich zu einem luftstau kommen und einem erhöhten co2 gehalt um den ein bisschen entgegen zu wirken kann man natürlich die tür auch öffnen man kann sich von außen ja notfalls ein gebläse ansetzen oder ein kleines loch in die tüte schneiden so dass ein bisschen frisch luft rein kommt gut was habe ich heute vor nachdem ich natürlich ein bastelfreund bin und ähnlich wie lego das ganze in dem stecksystem funktioniert und ich sowieso noch einen luftbefeuchter rumstehen habe den ich nicht nutze wollte ich diesen pilz cube einfach ein wenig aufpimpen dazu habe ich mir natürlich wieder ein paar rohre zurechtgelegt ich habe mir ein paar winkelstücke herausgesucht die ich passend finden könnte habe mir meine abschnitte aufgehoben was ich euch übrigens auch empfehle weil für irgendwas braucht man die immer wieder und ich habe so einen inkbird ja reptiv fokker das sind die mit diesen lustigen ziermoniker schläuchen von denen ich übrigens gar nichts halte weil da bleibt das wasser drin stehen da kann natürlich können sich keime und schimmel entwickeln und der würde dann theoretisch permanent auf die pilzkultur geblasen beziehungsweise getropft werden gut als allererstes habe ich mir natürlich meinen schönen cube so hingestellt wie er in der endposition auch stehen bleiben soll als maß habe ich mir ein paar rohre zurechtgelegt und natürlich meinen inkbird diesen inkbird stelle ich jetzt als allererstes mal direkt neben den cube um ein ungefähres maß raus zu suchen wie hoch ich diesen inkbird ja einstellen möchte dass er eben seine befeuchtung hat so als allererstes braucht ihr von diesen dn 20 rohr ein kleines stückchen was ihr ein wenig anfasst am besten mit einem schmirgelpapier ein bisschen die wandung verdünnert dass das genau in diese aufnahme hier rein passt und es soll natürlich satt drin stecken so dass ich das ganze nicht verkeilen kann aber trotzdem noch lösbar sein dass ich die sache im reinigungsintervall einfach abnehmen und reinigen kann als nächstes brauche ich so 90 grad winkel das sind diese klebemuffen die eigentlich zum festkleben gedacht sind aber auch hier sage ich da geht wasserdampf durch den stecke ich mir passend auf diesen kleinen nupsel den ich überhaupt so und jetzt kann ich im endeffekt schon folgendes machen ich habe ein kleines übergangsrohr was ich jetzt in den import in den 90 grad winkel stecken kann der durch dieses ja durch diese folie geht jawohl und jetzt kann ich theoretisch schon eine meiner anderen wuffen verwenden ich habe jetzt hier für den eskalationsfall okay da stehe ich ein bisschen dazu ein y stück mir zurecht gelegt habe mir zwei kleine abschnitte aufgehoben diese abschnitte kann ich jetzt zum beispiel verwenden um dieses y rohr ein bisschen nach außen auszulegen und dann nehme ich mir zwei 45 grad steckerchen und basteln mir im grunde eine verteilung auf zwei rohre so von den maßen her weiß ich ja dass diese pvc rohre circa 40 zentimeter lang sind das heißt wenn ich das ganze hier oben auflege kann ich mir zwei übrig gebliebene rohre mit je 33 zentimeter zurechtlegen und in diese selbst gebaute gabel stecken zu guter letzt kommen noch zwei endstapfen drauf um die sache eben zu verdichten und jetzt müsste ich einfach nur diese zwei rohre eben schräg einbohren dass aus dieser röhre der luftstrom in die richtung fließt und hier entgegen gesetzt dass sich das ganze über kreuzt und hätte quasi eine extrem befeuchtung für diesen furchtraum das ganze wenn ich kombiniert mit einem inkbird muss ich mich theoretisch auch hier eigentlich nur noch um die lüftung kümmern und das lüften das kann ich zum beispiel auch wiederum mit einem kleinen pc lüfter machen oder einfach vorne den eingriff öffnen dass die luft rauskommt was haltet ihr von dem vorsprung selbstverständlich ist es eine spielerei aber genau auf solchen baskelkram stehe ich selbstverständlich müsst ihr das nicht im doppelverfahren machen ihr könnt theoretisch auch eine normale rohmuffe nehmen und das ganze einzeln machen also sprich nur eine röhre und die dann einfach zweifach anbohren so dass die selber diese feucht Luftfeuchtigkeit im raum verteilen kann aber hier bricht ab und zu das spielkind mit mir durch ich hoffe ihr habt ein wenig nachsehen gut in dem fall habe ich ein pilz cube 2.0 der schon wieder in die richtung automatisierung geht und das ist im grunde genauso mein ding mit möglichst wenig aufwand möglichst schöne ergebnisse zu erzielen gut in dem sinne ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr konntet etwas mitnehmen selbstverständlich würde ich auch hier mich wieder um einen daumen nach oben freuen abonniert meinen kanal falls ihr irgendwelche fragen habt schreibt sie einfach in die kommentare ansonsten wünsche ich euch viel spaß beim nachbasteln macht's gut euer pilzloibi die